Ich stehe für eine konsequente Politik der Abrüstung. Die Große Koalition aus CDU und SPD hat gerade den größten Militärhaushalt seit dem Zweiten Weltkrieg beschlossen. Und Die Linke ist die einzige Partei, die konsequent jedes Aufrüstungsprojekt, aber auch die Bundeswehreinsätze ablehnt. Und das nicht nur im Wahlkampf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017